Hallo zusammen, ich heiße Charlotte und möchte euch heute das schönste Instrument der Welt vorstellen, nämlich die Oboe. Das glaubt ihr mir nicht? Na dann wartet es mal ab. Die Oboe wird gerne mal mit der Klarinette verwechselt, weil sich die beiden Instrumente in Aussehen und Länge sehr ähneln. Aber natürlich klingt die Oboe ganz anders, viel schöner nämlich. Sie besteht aus drei Teilen, dem Unter-, dem Mittel- und dem Oberstück. Aber mit das Wichtigste, um überhaupt einen Ton spielen zu können, ist das sogenannte Oboenrohr, das wir uns selber aus Bambusholz schnitzen. Die Oboe gibt es schon sehr, sehr lange und sie kommt aus Frankreich. Übersetzt heißt das Wort Oboe hohes oder lautes Holz. Das trifft es ziemlich genau, denn die Oboe besteht natürlich aus Holz und sie kann sowohl auch sehr laut als auch sehr hoch spielen. Im Orchester hat die Oboe eine ganz wichtige Rolle. Sie spielt meistens die Melodie in einem Stück und kann wunderschöne, langsame, traurige, aber auch schnelle und lustige Passagen übernehmen. Natürlich könnt ihr aber auch super alleine und oder mit Klavier zusammenspielen, wie ihr mögt. Kurzum, die Oboe ist ein Instrument, welches im Musikverein vielleicht nicht so viele spielen, auch weil es nicht ganz so einfach zu lernen ist, wie zum Beispiel die Blockflöte. Aber wer will schon ein einfaches Instrument lernen? Genau niemand! Deshalb solltet ihr euch unbedingt für die Oboe entscheiden. Damit seid ihr auf jeden Fall der Superstar und habt immer was mit zu reden, egal wo ihr spielt. Hoffentlich konnte ich euch begeistern. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne. Tschüss!